So, hi und willkommen zurück zu... Äh, hier. Book of Unwritten Tales, genau so hieß das Spiel. Verdammt, viel zu viele Namen zu merken. Viel zu lange Namen. Okay, wir müssen hier irgendwas mit unserer kleinen sexy Elfe machen. Ich würde ja sagen, wir müssen irgendwelche Leuchtquallen angeln, aber... Das sieht jetzt erstmal noch nicht so aus. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Alles klar, dann reicht es also, wenn die herumwerkeln. Ja, da ist auch eine Kombination hier über der Tür, da an den Seiten. Okay, und... Und wenn wir hier Wurzeln abschlagen. Yes. Bam. Okay, da können wir uns auf die andere Seite schwingen. Das ist ja sehr gut geklappt. Kann ich hier draußen jetzt irgendwas Neues mitnehmen? Schauen wir doch mal. Die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Wurmer, der Fisch und die Fee sind fort. Okay. Das Marmeladenglas steht immer noch in der Nische. Ich nehme es mit. Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Okay, dann nehmen wir den Eimer noch mit. Okay, die anderen sind leer. Die anderen Nischen. Wir können nicht mal mit Chip Chip reden. Chip Chip ist eingeschnappt, glaube ich. Aber... Ich habe mit den Sachen schon... Schon ein bisschen im Plan. Und hier... Und zwar... Werde ich jetzt hier den Eimer benutzen? Um Wasser zu schöpfen. Ich werde den Eimer benutzen, um Wasser zu schöpfen. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir das Marmeladenglas. Ja, Marmeladenglas ist natürlich viel logischer als ein Eimer. Diese Quallen haben vermutlich noch nie ein anderes Lebewesen gesehen. Sie sind ganz zutraulich. Oh. Also, die sind süß. So. Und die tun wir jetzt da rein. Das Glas mit der Leuchtqualle steht im Eimer. Sehr gut. Ich habe den Eimer an der Schnur festgebunden. Kinder, ich habe da unten eine Überraschung für euch. Nämlich Licht. Es wird wunderbar leuchten, sage ich euch. So, hier, Wilbur. Warum geht sie da erst zurück? Was soll das? Hey, Wilbur. Ich lasse dir eine Leuchtqualle runter. Was für eine Schnur haben wir da? Ja, bitte. Kein Problem. Hier auf der Tür sind Symbole. Wie sehen sie aus? Da ist so etwas wie eine Schnecke mit einem langen Hals. Ein Fisch ohne Kopf. Ein Ast und ein Stern. Das ist ja alles schön und gut. Aber könntest du mir endlich mal das Licht runterwerfen? Ich sehe hier nicht mal die Hand vor Augen. Entschuldigung. Und höp. Was siehst du? Einen Gang. Keine Ahnung, wo er hinführt. Zumindest raus aus diesem Loch. Ja, dann. Haben wir jetzt hier... Schwinge ich auf die Hand. Ah, das können wir auch nicht mehr mitnehmen. Dann können wir jetzt die Steinringe benutzen. Was für Zeichen waren auf Wilburs Tür. So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals. Ein Fisch ohne Kopf. Ein Ast und ein Stern. Eine Schnecke mit langem Hals. Das sieht doch aus wie eine Schnecke. Ein Fisch ohne Kopf. Das hier. Was war das? Keine Ahnung. Ganz unten war auf alle Fälle ein Stern. Können wir hier jetzt mal durchprobieren. Tja. Ist da vielleicht noch was anderes? Wir sagen, das ist die Schnecke. Das könnte... Das ist hier, wäre der Fisch ohne Hals. Oder? Aber wie sieht denn ein Fisch ohne Hals aus? Ist das ein Fisch ohne Hals? Geh hier weg. Lass mich hier weg. Ah, okay. So kann ich da weg. Moment, Wilbur. Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. Auf der Tür sind diese vier Symbole eingemeißelt worden. Ah, was war das? Wasserzeug. Eine Schnecke mit langem Hals. Ein Fisch ohne Kopf. Ein Ast und ein Stern. Ein Ast. Okay. So Wasserzeug. Eine Schnecke mit langem Hals. Das Ding hier. Ein Fisch ohne Kopf. Ein Ast. Und ein Stern. Wilbur? Sind wir richtig? Nein, das ist nicht offen. Ich glaube, die Steinplatte ist sowas. Tja, und was sagt Nate? Eine hässliche Fratze. Ich hoffe sehr, das ist kein Selbstbildnis eines Erbauers dieses Tempels. Das hoffe ich doch auch. So, wir brauchen also erst die richtige Lösung davon. Schauen wir mal. Nein. Hm. Und vielleicht, wenn es andersrum ist, hier oben ein Stern. Nee, da ist kein Stern drauf. Eine Schnecke ohne Hals. Nee, ein Fisch ohne Hals. Nee. Nee. Ein Fisch ohne Kopf. Entschuldigung. Nicht ohne Hals. Kopf, 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 Kopf. Hier ist kein Kopf dran. Das müsste doch eigentlich das sein. Haben wir sonst noch was, was wie ein Ast aussieht? Das sieht wie ein Ast aus. Ja, das ist korrekt. Ist das der Ast? Ich würde ja jetzt gerne hören hier, ob es irgendwie einen Bestätigungssound gibt oder sowas. Das ist ja... Eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Ein Ast und ein Stern. Ja. Das ist doch hier. Schnecke? Ja, das ist eine Schnecke. Ganz klar. Das ist ein Fisch ohne Kopf. Gibt es noch einen anderen Stern? Nö, das ist ein Stern. Das ist kein Ast. Das hier ist ein Ast. Ist das ein Fisch ohne Kopf? Willbo? Nein, auch nicht. Spring einfach runter. Das ist doch... Echt jetzt? Ernsthaft? Das ist ja zum Kotzen. Oder ist das irgendwie eine andere Reihenfolge? Fisch ohne Kopf. Das Ding. Könnte das ein Fisch ohne Kopf sein? Das ist ein Stern. Das ist ganz klar ein Stern. Das ist eine Schnecke. Mit einem langen Hals. Ja, ist das ein langer Hals? Eigentlich schon, oder? Das ist doch keine Schnecke. Das auch nicht. Das ist... Das ist eine Schnecke. Ah! Ich muss ja da drauf drücken. Okay, so. Das müsste es sein. Das ist ja also... Die Tür hat sich geöffnet, Ivo. Sehr gut. Das habe ich mir gedacht. Mit diesen Steinscheiben kann man Dinge im Tempel steuern. Vermutlich eine Spielerei der Priester. Sesam, öffne dich. Und so ein Kram. Das sieht irgendwie so ein Scheiß aus. Die haben doch alle Drogen genommen. Geh durch die Tür. Einer der Steine ist aus der Wand gebrochen. Früher oder später wird wohl der gesamte Tempel einstürzen. Ja, hoffentlich früher als später, ne? Einer der Steine ist aus... Okay, dann stell du dich mal da drauf. Ich komme nicht an dem Stein vorbei. Ich glaube, Wilbur, was geht? Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Nein. Da stehst du dann hier rum? Hopp, hopp! Du hast doch das Licht. Das ist ein Rad. Ein großes Rad, das geradezu danach schreit, gedreht zu werden. Leider ist da eine Metallschelle, die das Rad festhält. Okay. Ich kann das Rad nicht drehen, solange diese Metallschelle... Und ich sehe keine Möglichkeit, die Schelle zu öffnen. Vielleicht von... Ne, von oben ist unlogisch. Wilbur! Sieht ein bisschen aus wie meine Tante Ethel. Wow! Voll gruselig, deine Tante. Okay. Dann geh du mal da durch. Das Rad ist oben mit so einem Metalldings gesichert. So kann man es nicht drehen. Ist ja auch gut, dann kann man ja daran hochklettern. Das Rad ist... Du sollst ja auch daran hochklettern und es nicht drehen. Kann man nur so doof sein. Fährt das Ding jetzt wieder hoch? Wie auch, ne? Ne, ich bleibe lieber hier. Wenn es da etwas Interessantes zu entdecken gäbe, hätte Captain Nate es gefunden. Er ist ein Profi. Okay. Sieht aber aus, als ob man von da irgendwelche Sachen da runter... ...machen könnte, um da Gewicht reinzubringen. Ich gehe da nicht runter. Hm. Captain Nate. Oh ja, komm. Geh da durch. Rede mit Wilbur. Hast du schon einen Weg? Nein. Verstehst du? Genau. Komm, du gehst mal auf die Plattform. Ah, Wilbur. Ich weiß gerade nicht, wie es dir weitergeht. Captain Nate ist ein Profi. Er braucht meine Hilfe bestimmt nicht. Das ist aber sehr schade, dass du sowas denkst. Habe ich hier irgendwelche Steine, die ich da runter schützen kann? Hier irgendwas. Wie trochte die Fratze? Alles voll mit Fratzen. Gibt es hier irgendwas? Nein. Ach so, halt. Nee, das ist ja hier nur... Alles klar. Alles klar. Die Wurzeln hängen... Da haben wir irgendwas, um sie zu zacken. Wilbur, sag du mir was zu den Wurzeln. Selbst in dieser Tiefe gibt es noch Wurzeln. Und wie es scheint, wollen sie noch weiter nach unten. Vielleicht könnte ich sie mit Captain Nates Hilfe sogar erreichen. Okay, dann klettern wir da mal hoch. Captain Nate! Captain Nate! Können Sie mich mal hochheben? Warum sollte ich? Ich kann dann vielleicht die Wurzeln da oben erreichen. Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir das? Ähm, naja, vielleicht finde ich einen Weg, sie hier rauszuholen. Oh, das klingt gut. Na, ist ja schön. Und hier hüpft. Jawohl. Es hat funktioniert! Ich spare mir das Jubeln für später auf. Er ist so motiviert, das ist ein richtiger Abenteurer. Okay, schauen wir mal. Haben wir hier oben noch irgendwas? Da kann ich irgendwie... Da ist eine Luke und da ist ein Stein. Nimm den Stein halt mit! Das ist ein ziemlicher Brocken. Aber ich könnte ihn vielleicht dennoch verschieben. Ich will den Stein lieber nicht ins Loch fallen lassen. Ja, ich will mich auch nicht erst noch mal hochreden lassen. Das ist voll peinlich. Eine Art Luke mit einem Rad. Hm? Ich schaffe es nicht. Das heißt, wir müssen Captain Nate da hochbringen. Okay.